hallo liebe leute und willkommen zurück bei the witcher 3 in der next gen variante gemodelt ja wo sind wir denn überhaupt gerade? muss ich mal ganz kurz überlegen schon wieder so ein paar... ach in erzdorf sind wir okay ein paar tage her ich kann auch leider nur diesmal eine kleine aufnahme session machen weil ich aber bestriebt bin keine pausen dazwischen zu haben weil es gerade so gut läuft und keine zwei monats pausen oder so zwischen den folgen sind sondern nur die geplanten ja ist ja immer im zwei tages rhythmus witcher und das möchte ich auch gern so beibehalten genau so was machen wir denn jetzt hier vor lauter schreck was wollten wir denn machen erzdorf wir haben die genau das war die quest mit dem mit dem anderen hexer genau stimmt das war's so dann gucken wir mal ganz schnell also wir sind jetzt ein erzdorf genau wir können herrinnen des waldes machen und ich glaube das machen wir auch was haben wir hier oben noch der vermisste bruder das können wir später machen und hier haben wir noch jede menge äh anderen kram achja familienangelegenheiten das haben wir ja auch noch ey uff okay gut wir machen erstmal die hexen und dann machen wir die familienangelegenheiten letztendlich trifft sich das ja eh alles ein bisschen äh das verläuft sich dann eh alles ein bisschen zusammen gut was anderes sehe ich auch gerade erstmal nicht womit ich euch ärgern kann dass wir dann doch wieder was anderes machen äh ne okay gut dann würde ich sagen wir werden nach niederwirr äh porten schnell reisen und dann machen wir uns auf den weg oh das ja das ist ach das ist furchtbar Leute ich sag's euch wenn man wenn man so viele verschiedene Spiele spielt dann kommt man einfach mit der Steuerung durcheinander ach furchtbar ähm und momentan spiele ich gerade äh drei Spiele die ich aufnehme also einmal halt Last of Us dann hier Witcher und jetzt spiele ich gerade noch äh Once Human so ein äh Survival MMO und äh da kommt man dann doch echt durcheinander ne irgendwann gut aber das kriegen wir schon hin okay wir schlagen die Richtung ein finde die Mumen vom Buckelsumpf so kommen wir jetzt auch endlich mal ein bisschen mit der mit der Story weiter hui das war der die Abkürzung wir waren ja schon mal im Sumpf da haben wir ja schon diese diese eine Quest gemacht aber jetzt sind wir quasi wirklich wieder aber jetzt sind wir quasi wirklich wieder da sind wir quasi wieder auf dem auf dem Wege der der Haupt Story da so 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 Insofern können wir hier ein bisschen auf dem Weg bleiben, vielleicht haben wir da nicht ganz so oft Besuch. So, aha. Hier sind überall solche kleinen Baumverzierungen. Ich glaube, das ist der süße Pfad. Ja, der süße Pfad. Ich verstehe. So, Herrin des Waldes, die haben wir schon ein Mahnmal untersuchen. Auch mit Pfefferkuchen bestückt. Ah, waren das gerade Würmer? Tatsächlich. Ah, Magie. Okay, finde die Mumen vom Buckelsumpf. So soll es sein. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wir machen mal ganz schnell... Äh, warte mal, wie konnte ich... Ja, ne? Genau. Wir machen mal ganz schnell eine kleine Rast bis 6 Uhr. Damit wir auch wieder unsere Absurde und Kram auffüllen können. Und genau, unsere Lebensenergie fühlt sich auch ein bisschen auf. Das passt schon. So. Schon ein bisschen eklig, ne? Jetzt denkst du, das ist leckere Pfefferkuchen und dann ist das alles nur Gewürm in Wirklichkeit. Aber ist das am Ende nicht toll, ey? Leute, Leute, wenn man so die Frösche quaken hört und die anderen Viecher. Das ist schon echt cool. Das habe ich bisher wirklich nur bei Witcher erlebt. Einfach gut. So. Wir haben vorne aber ein verlassenes altes Dörfchen, was schon fast komplett versumpft ist. Das war ein langer Pfad. Wir wollen keine süßen Pfefferkuchen, wir nehmen nur das gute Zeug. Ah ja. Okay. So. Hier vorne haben wir ein Dörfchen, was noch nicht im Wasser versunken ist. Aber sehr einladend, sitzt halt auch nicht aus, ne? Schon diese Musik wieder, ey. Oh mein Gott. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund in zwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, darum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene muh, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die... He... Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Um erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Wenn ich das gerade so sehe. Ich glaube, die Kinder haben sie auch in der... Geremaked. Ich glaube, die sahen in der Originalversion anders aus. Aber zumindest die Haare haben sie, glaube ich, angepasst. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, hab ich mal einen alten Sagen hören. Versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Wow. Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten. Liebt ihr hier ganz alleine? Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du mit Schwertern wie ein Bandit? Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge. Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Tja. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte das im Buckelsumpf. Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung. Aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleine Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Ja, jetzt kann man auf jeden Fall festhalten. So richtig bei Sinnen ist die Frau hier auf jeden Fall nicht. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände. Wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratze mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke. Dafür werde ich sorgen. Du. Verschwinde. Verschwinde! Hm, hier wird auf jeden Fall etwas verheimlicht. So viel ist sicher. Geh zur Hütte und sprich mit dem Jungen. Herrinnen des Waldes. Das ist aktualisiert. Wir können ja mal, wir können ja schon mal anfangen zu lesen. Laut Notizen, die zu Hause bei Hendrik, dem Nilfgardischen Agenten, gefunden wurden, hatte Ciri eine Art Streit mit einer Hexe in Venen. Zuerst dachte Geralt, bei dieser Hexe handelte es sich um Kyra Metz. Doch später erfuhr er, dass Hendrik eine andere Person meinte, die im Buckelsumpf lebte. Also bergab sich der Hexe in den Sumpf, um die Hexe zu finden, die dort lebte, um sie nach Ciri zu fragen. Also. Wir schauen uns mal schnell ein bisschen um. Man kennt das. Neue Markie, perfekt. Ein Reiser ins Ende der Welt. Haben wir das schon gelesen? No. Ah, bisher um ist ein Tag hinzugefügt. Guck mal gleich. Also ein Reiser ins Ende der Welt. Sirene, ferne Verwandte der Harpien, sind geflügelte Monster, die auf den Inseln Skelliges zu finden sind. Meist auf unbewohnten Eilanden oder an den unzugänglichen Küsten der Bewohnten. Der Legende nach sind sie die Töchter des geheimnisvollen geflügelten Riesen Hresvelk, der am Rande der Welt lebt und mit dem Schlagen seiner Flügel Stürme hervorruft. Ja, das werden wir noch mitkriegen. Hexer gesucht. Warte mal, das haben wir schon gemacht, ne? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Und wir haben ein neues Bestiarium. Aber können wir das bei B öffnen? Jo. Äh, Hybriden. Ja. Kann man mal machen, ne? Okay, ich glaube der kam nicht mehr neben zurück dann. Es ist nur schwer vorstellbar, dass die in Skellige anzutreffenden Irinien noch widerwärtiger und gefährlicher als Harpien sind, ihre nahen Verwandten. Obwohl sie am liebsten verdorbenes Aas fressen, verschmähen sie kein frisches Fleisch, auch nicht das von Menschen. Wenn sie ein potenzielles Opfer erblicken, versuchen Irinien ebenso wie Harpien oder Shishigas ihre Überzahl und ihre Flugkünste zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie kreisen über ihrer Beute und greifen dann gleichzeitig von mehreren Seiten mit rasierklingend scharfen Klauen an und reißen so ihre Beute in Stücke. Während des Angriffs ziehen sie auf den Hals, Augen und andere lebenswichtige Organe, sodass ihre Beute oftmals verblutet. Auf diese Weise kann ein kleiner Schwarm Irinien größere und besser bewaffnete Opfer in Windeseide ausschalten. Da es diesen meist nicht gelingt, sich gegen mehrere gleichzeitig angreifende Gegner zu schützen. Sirenen Wenn du draußen auf See eine wunderschöne Frau singen hörst, wende sofort das Schiff. Hast du verstanden? Auch wenn das bedeutet, dass du direkt zurück in einen Sturm segelst. Arige von Hindars Fjall, der seinem Sohn vor dessen erster Fahrt alleine diesen Rat erteilte. Wie erfahrene Jäger hölzerne Enten benutzen, um Erpel anzulocken, locken Sirenen und Lahmien Menschen mit ihren Körpern als Köder an. Sie können ihre Gestalt verändern, sodass sie wie wunderschöne menschliche Jungfrauen aussehen, die allerdings einen mit silbernen Schuppen bedeckten Schwanz statt Beine haben. Sobald sich ein naiver Seemann in Reichweite dieser wunderschönen Kreaturen begibt, werden ihre Gesichter plötzlich zu fischähnlichen Mäulern mit scharfen Zehen und die Schwänze, die zuvor ungeahnten Freunden versprachen, verwandeln sich in tödliche Krallen. Einer Legende nach sollen Sirenen und Lahmien Menschen gegenüber einst freundlich gewogen gewesen sein und sind sogar in einigen seltenen Fällen auf das unbeholfene Werben von Seeleuten eingegangen. Heute sind sie jedoch eine tödliche Gefahr. Vielleicht haben sie die zahlreichen Entführungen frustrierter Matrosen verärgert. Wie auch immer die Wahrheit lautet, eines ist sicher, diese Monster führen nichts Gutes im Schilde und wenn man ihnen begegnet, sollte man sofort zu seinem Silberschwert greifen. Sirenen und Lahmien, die gefährlicheren Cousinen der Sirenen, jagen normalerweise in Schwärmen und machen sich ihre zahlenmäßige Überlegenheit wie auch ihre Fähigkeitsnutze, sich mühelos durch Wasser und Luft zu bewegen. An Land sind sie jedoch so gut wie schutzlos und es ist ratsam, ihre flossenähnlichen Flügel zu zerstören und sie dadurch zur Landung zu zwingen. Bedrohte oder verletzte Sirenen stoßen einen grauen erregenden Schrei aus, der ihre Gegner lähmt, sodass sie fliehen können und ihre Schwestern sich zum Angriff herabstürzen. Suckuben Schon wieder? Ach du liebe Zeit, bin ich fertig. Lester aus Kleinheim zu einem Suckubus einige Tage vor dem Ablegen eines Zölibatsgelübdes. Okay, ich weiß nicht genau, was ein Zölibatgelübde ist, aber ich kann es mir eventuell vorstellen, wenn es um Suckubus, Suckubin geht, da steht es sogar. Anders als andere Monster haben Suckubin und Menadin nicht das Bedürfnis, Menschen zu töten. Sie trinken kein Menschenblut und wollen normalerweise nichts Böses. Sie treibt nur eine Sache an, unersättliche Lust. Sie versuchen dieses Verlangen zu stillen, indem sie mit anderen humanoiden Völkern sexuelle Beziehungen eingehen. Allerdings muss man ihnen zugute halten, dass ihre Opfer selten großen Widerstand leisten. Was jedoch nicht heißen soll, dass Suckuben, Suckubin oder Menaden keinerlei Gefahr darstellen. Ihre nicht enden wollenden Annäherungsversuche, die zuerst als Vergnügen empfunden werden, haben schon manchen Mann in den Wahnsinn oder gar den Tod getrieben. Suckuben und Menaden sind in der Nähe von menschlichen Siedlungen anzutreffen, darunter auch kleine Dörfer und bevölkerungsreiche Städte. Sie streifen nachts umher, doch wenn das Verlangen zu groß wird, verlassen sie auch tagsüber ihr Versteck. Sie zeigen sowohl Männern als auch Frauen ihre Zuneigung, den Jungen wie den Alten, den Hässlichen wie den Schönen. Einige bevorzugen Pastoren und andere geistliche Männer, deren Verführung sie als eine Art Spiel betrachten. Obwohl Suckuben von Natur aus friedfertig sind, können sie sich vehement verteidigen, wenn sie zum Kampf gezwungen werden. Man sollte sie sich nicht von ihrem feinen Äußeren täuschen lassen. Unter der Samthaut ihrer Arme liegen stahlharte Muskeln verborgen und ein Tritt ihrer ziegenartigen Hinterbeine oder ein Stoß ihrer dicken Hörner können Knochen leicht zerbrechen. Ach ja, ich bin noch nie einer Suckubus begegnet. Das hätte ich gemerkt. Naja, gut. Okay. Interessant, das haben wir da auch mal ein bisschen näher gelesen. Ah, das macht mir Spaß und Witcher da ein bisschen in Ruhe die ganzen Einträge zu lesen. Ja, das habe ich vorher nie so richtig gemacht. So, die Kinder spielen da hinten. Wir gucken mal schnell noch hier drüben nach. Was haben wir denn hier für ein Häuschen abgeschlossen? Verdammt. Okay. Oh, warte, Kleiner. Aufpassen, dass du mich hier abschießt. So, wir gehen mal hier rein. Schweinehaut und gehärtetes Leder. So, dann steht sie. Mal gucken. Was wir hier noch machen können. Ich hoffe, das ist okay. Junge Frau, dass ich mich hier bediene. Störe ich. Der aber Junge. Reden trab ich. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und fremde stehlen Kinder. Mhm. Okay. Du willst nicht mit mir reden. Wo finde ich diesen Hansi? Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt es gar nicht. Geh fort. Geh fort. Wir kommen hier erstmal so definitiv nicht weiter. Wir müssen uns etwas ausdenken. Find einen Weg, die Großmutter von der Hütte wegzulocken. Das kriegen wir doch hin, oder? Wir sind doch Gerald. Wir haben doch mal einen Plan. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nie. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Igitt. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Wollt ihr nicht noch was anderes? Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Hm, ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Hier, ein paar Süßigkeiten. Aha. Cool. Ich hab sonst noch mal Verstecke gespielt. So was hab ich noch nie gegessen. Cool. Auch mal schön mal was anderes gemacht zu haben. Oma, eine Hummel hat Jagna in den Arsch gebissen. Oma, komm! Gar nicht auffällig, Gerald. Na ja. Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal hab ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Hansi gibt es auf jeden Fall. Aber warum auch immer wollen sie, dass wir nicht mit Hansi in Kontakt treten. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tod. Verhungert. Oder getötet. Wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Bären zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut. Das genügt. Ach Mensch, die armen Kinder. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt nicht erfunden. Ich werd ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Können wir ihm ja auch noch was Süßes geben eigentlich. Als kleine Belohnung. So, warte mal. Wir gehen mal da hinten raus, da fällt es vielleicht nicht so auf. Guten Tag. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Sie sagt, wenn ich einschlafe, fressen Ratten meine Augen. Das darfst du nicht sagen. Entschuldige dich. Arsch! Ich stehe hier, bis du dich entschuldigst. Bei ihr und bei mir. Ich hab Zeit. Entschuldige. Die Ratten fressen deine Augen nicht. Und ich weiß, dass wir nicht fluchen dürfen. So ist's brav. Entschuldigungen bedeuten was Süßes für den hungrigen Bauch. Yay. Gut. Wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib von den Kindern weg. Mein Gott. Okay. Dann gehen wir doch mal gucken. Aha. Wir bekommen auch schon selten Süßes. Why not? Okay, aber dann bekommen wir die irgendwie vielleicht einzeln. So dicht bei den Kindern, ey. Wenn Hansi echt ist, muss er Spuren hinterlassen. So, hier haben wir doch schon was. Kleine Fußabdrücke. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier langgekommen. Also hier wohnen will man nicht so wirklich. Ist zwar sehr abenteuerlich, aber weiß ich nicht. Hier muss es auch so viele Mücken geben, ne? Na ja, ich glaube, wenn Mücken das einzige Problem sind, dann geht's ja noch, ne? Aber wenn ich mich hier so umschaue, was hier so haust, sind Mücken das kleinste Problem. So. Aha. Die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Lock Hansi aus seinem Bau. Hansi? Hab keine Angst. Auch sehr cool gemacht hier, durch das Remake. Ist viel detaillierter alles. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles, von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du lebst hier? Ganz stolz. Glücklich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Nein, hast du nicht, Gerald. Hansi, Charaktereintrag. Okay. Oh, warte mal. Wir haben hier nochmal was Neues zum Lesen. Göttlinge. Vor nicht allzu langer Zeit tummelten sich in der Gegend viele Wächtergeister um ländliche Weiler. Heute ist es fast unmöglich, einen Wichtel, Buka oder Lutin zu sehen. Und Göttlinge sind immer die ersten, die verschwinden. Das ist der Preis der voranschreitenden Zivilisation. Aus dem Vorwort von Die Welt, die wir verloren haben. Von Professor Doregari. Oder Doregari. Doregari. Göttlinge werden manchmal auch mit Lutin verwechselt. Sie sind Waldwesen, die in Höhlen und Moos bewachsenen, hohlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlungen wohnen. Sie erinnern von ihrem Aussehen und Verhalten an Kinder und treiben genau wie auch Kinder gerne allerlei Schabernack. Göttlinge sind tief mit ihrer Umgebung verbunden, sorgen sich um diejenigen, die in ihrer Nähe wohnen und beschützen sie. Sie wachen über Menschen und Tiere, aber da sie von Natur aus scheue Kreaturen sind, versuchen sie lieber unbemerkt zu bleiben. Göttlinge fühlen sich zu Freude und Unschuld hingezogen, lieben die Gesellschaft von Kindern und zeigen sich deshalb nur den Jüngsten. Diese fleißigen und schlauen Wesen verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutz stehen und bitten nur um Respekt und Bezahlung in Form von Lebensmitteln oder ausrangierten Werkzeug. Göttlinge schätzen den Frieden und die Ruhe. Wenn in einem Dorf, über das sein Göttling wacht, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung die alten Bräuche vergessen hat, verlässt er seinen Bau für immer und zieht an einen anderen Ort. So, so. Jetzt wissen wir auch, warum man nur mit dem einen Jungen dort was macht, weil der der anscheinend der Jüngste ist von allen. Und auch so ein bisschen auf einer Wellenlinie ist mit ihm wahrscheinlich. So. Achso, warte mal, wir haben ja noch, äh, sorry, warte mal, wir haben ja noch den Charakter-Eintrag gehabt. Charakterer. Hansi. Als die Kinder auf der Lichtung im Sumpf-Geralt zum ersten Mal von Hansi erzählten, hatte der Hexe einen Grund anzunehmen, dass es eine solche Person nicht gab. Es war kaum zu glauben, dass jemand an einem so unwirklichen Ort wohnen konnte, ohne sofort von Ertrunkenen oder Wasserweibern gefressen zu werden. Deshalb hielt Gerald Hansi lediglich für die Erfindung von kindlichen Fantasien für einen imaginären Freund der einsamen Weisen. Allerdings wusste er aus jahrelanger Erfahrung, dass er keine noch so kleine Spur ignorieren dürfte. Deshalb machte er sich im nahegelegenen Sumpf auf die Suche nach Hansi. Wie sich herausstellte, hatten die Weisenkinder nicht gelogen. Hansi gab es wirklich. Es war kein Menschenkind, sondern ein Göttling und gehörte zu einem der seltenen Völker, die in der Wildnis des Festlands leben. Leider hatte Hansi aus Gründen, die er nicht erklären konnte, seine Stimme verloren und konnte deshalb Geralts Fragen nicht beantworten. Dann haben wir noch Oma. In Kriegszeiten trifft man viele Leute, die eine grausame Schicksale lieben. Gerald war daher nicht schockiert, als er in den Sumpfen von Willen auf eine Frau stieß, die von den Kindern in ihrer Obhut Oma genannt wurde und offensichtlich fürchterliches mitgemacht hatte. Welche Schatten auch auf ihr lasteten, um die Weisen kümmerte sie sich liebevoll und sorgsam. Renald, stimmt, den haben wir noch gar nicht gelesen gehabt, ne? Beim letzten Mal. Renalds Geschichte ist eine tragische. Ein junger Hexer, der in den Anfangsjahren der Wolves Schule ausgebildet wurde, der voller Neugier und Hilfsbereitschaft aufbrach, um die Welt zu erkunden und der letztendlich einen Auftrag annahm, den er nicht überleben würde. Renald wurde von einem roten Miasma besessen und von eben jenen Priestern des ewigen Feuers, die ihn angeheuert hatten, in den Minen der Teufelsgruppe eingeschlossen, wo er jedoch unglaubliche Stärke bewies und dem Willen des Geistes widerstand. Er sperrte sich selbst und das Miasma in einer Salzhöhle ein, wo er verblieb, während seiner Lebenskraft langsam in Dunkelheit und Trauer versickerte. Der Pestgeist sorgte dafür, dass der Körper des Hexers nicht starb, während Renalds sich an die langsam verblassene Hoffnung klammerte, dass sein geliebter Freund ihn eines Tages retten würde. Doch Tage wurden zu Wochen, zu Jahren, zu Jahrhunderten. Letztendlich war Renalds Ende so düster wie der lange Pfad, der dorthin führte. Gerard besiegte das rote Miasma und verbrannt die Leiche des Hexers, wodurch sein verbitterter Geist gezwungen wurde, die Welt zu verlassen. So ist es gewesen. Okay. So, jetzt aber zurück zu Hansi und seiner Stimme. Und wir haben da vorne besucht. Verdammt. Hansi, wo bist du? Da hinten, da. Bleib dicht bei mir. Okay, da rein. Lauf, Hansi, lauf. Guck mal, jetzt sind wir ja beim... Ganz kurz mal. Hier ist so ein... Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Jetzt muss ich mal kurz abchecken, ja. Bevor wir Hansi gleich retten. Da drinnen brennt sogar Licht. Das sieht sogar recht. Mond nicht, da kommt er. Jetzt nicht mehr. Abgeschlossen. Na gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier auch so eine... So eine Statue. Okay, Hansi. Zurück. Zu deinen Problemen. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Oh, und da ist der Wächter zu der Stimme. So, warte mal, kommen wir hier hoch? Nee, ich glaube, ein bisschen da, ein bisschen rum. Ah, wobei. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nein. 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 Und da sind noch ein paar... ...Farbchen. Da. Achso, das sind ja die Tote. Achso, ich wollte gerade jetzt die Fackel rausholen. Ja, das ist ja auch. So. Da ist eigentlich die... Die Armbrust raus holt. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Und eine Rabinfeder. Und eine Rabinfeder. Mhm. Hallo, Hansi. Hier. Schnaps, Schlängeln, Rängelflechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter, Pippel, Pflück, Prinz, Proximo, Pudrich, Pfeffrige, Ponta, Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler, wer auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal. Ich hab dir geholfen. Hilfst du mir auch. Du gedenkst diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue, weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hättet ihr nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach. Mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob! Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwarte und ging mich erleichtern. Wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums. So laut. Aber das war nicht ich. Und da ist sie. Wie aus dem Nichts. Jung. Aschblond. Und ganz wie du sagst. Verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Mumen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Mumen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam. Rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihnen das die Stimme kosten. Oder das Leben. Je nach ihrer Laune. Sie sind fies. Aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort. Aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Mumen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Mumen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen. Und ich bin kein Flegel. Komm mit. Na dann. Charaktereintrag aktualisiert. Hansi. Ach, Hansi. Okay, warte mal. Dann gucken wir doch mal ganz schnell. Hansi. Nachdem Geralt ihm geholfen hatte, seine Stimme zurückzuerlangen, brach es wie ein Wasserfall aus ihm heraus und erstrafte alle Geschichten über die angebliche Zurückhaltung dieser legendären Wesen Lügen. Hansi erklärte sich außerdem bereit, Großmutter zu überzeugen, Geralt zu den Herren des Waldes zu bringen. Äh, so. Achso, okay. Lüge Füße, Hansi. Lüge Füße. Oh, davon habe ich wieder. Vorsicht, aber... Vorsicht, das ist nicht dein Tag. Verdammt. Ich glaube, ich glaube, das ist so. Das ist so. Genau, oder? Genau, oder? Let's go, Hansi. Let's go, Hansi. Da vorne ist das Dörfchen. Sehr gut. Mal gucken, ob wir die alte Dame jetzt überzeugen können. Dass sie uns doch ein paar Informationen geben kann. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Hm, die Aschblonde Frau. Ich muss zu den Mumen. Kannst du mich zu den Mumen führen? Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte. Es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich hab die kleine, verirrte Jadna gefunden, oder? Jenny vom Fieber geheilt. Und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme hab ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier. Sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist. Hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi. Ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Hm. Dankeschön. Ach, jetzt können wir hierhin wo. Abgeschlossener Feuer. Alles klar. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein. Sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört, mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es uns zu stören, Weib? Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Mumen? Ihr seid also die drei Mumen. Die Mumen? Wie ist es dir am besten gefällt? Wie ist es dir am besten gefällt? Bilde ich mir das ein oder besteht der Wandteppich aus Haaren? Oh, sensibel ist er auch noch. Berühr mich nochmal, Jungchen. Los. Woher habt ihr das Menschenhaar? Noch nie von dem Beschnitt gehört? Hier wird ein Junge zum Mann, wenn sein Haar zum ersten Mal geschnitten wird. Unsere Schwester webt Wandteppich aus diesen Haaren. Webt sie gerade, ist das Schicksal geniedig. Und wenn sie nicht gerade webt? Dann muss der Stoff entwirrt werden. Ist das ein Fluch? Seid ihr im Wandteppich gefangen? Oh, er ist neugierig. Flüche treffen uns nicht. Wir wirken sie. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Nicht. Ah, ein wunder Punkt. Er blubbert die Bier mit frischer Hilfe. Oh, genau so mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Schad, wie mutig bist du. Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaarige. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Nacht ist bei Niederwürr erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie. Dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht. Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger. Keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwürr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben. Und hilf dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los zwei, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrinnen sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt, Stein weiß, Stein hört. Eieieieiei. Charaktereintrag aktualisiert, Oma. Oh, wir sind Stufe 70. Und diese Mumen. Naja. Mal sehen. was aus diesem Bündnis noch wird. Oma. Also auf jeden Fall können die uns ja weiterhelfen, so wie es aussieht. Was unsere Suche nach Ciri betrifft. Oder angeht. So. Gerads erste Gesprächsversuche führten zu nichts. Er konnte Omas Misstrauen erst mit der Hilfe des Göttlings Hansi überwinden. Von diesem reichten ein paar Worte und die Frau war bereit, Geralt zu helfen, mit den mysteriösen Herrinnen des Waldes zu sprechen. Diese drei Damen. So, und wir haben einen Dolch bekommen. Den wir dann wohl brauchen. Mein Abend mit einem Vapir. Das lesen wir noch. Man wird mich zweifelslos einen Lügner, Betrüger und Irre nennen. Man wird mitleidig den Kopf schütteln und ungläubig schnauben. Doch ich verspreche, ich spüre bei allen Göttern, was ich auf den folgenden Seite, auf der folgenden Seite niederschreibe, ist die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich traf den Vampir, von dem die Rede ist, vor Jahren in einer Herberge in Buclair. Er stellte sich als Regis vor und behauptete, Barbier und Chirurg zu sein. Da er in jeder Hinsicht wie ein Sterblicher wirkte, hätte ich vielleicht niemals seine wahre Natur erahnt, wäre nicht nach kurzer Zeit ein Feuer in unserer Herberge ausgebrochen. Dieser Regis, falls das wirklich sein Name war, blieb von den Flammen völlig unberührt, während meiner Kleidung rasch Feuer fing. Der Vampir trug mich aus der brennenden Herberge und rettete mich damit vor dem sicheren Tod. Dann versorgte er meine zahlreichen Wunden. Zunächst weigerte Regis sich meine Frage zu beantworten, wie er die hochofenartigen Temperaturen in der brennenden Herberge überstanden hatte, ohne sich auch nur ein Haar zu versingen. Schließlich muss er jedoch geahnt haben, dass ich als Mann von Welt nicht gleichfertig nach dem Erscheinungsbild über andere urteile. Er offenbarte mir nicht nur seine Identität, sondern auch eine Reihe von weiteren hochinteressanten Tatsachen. Regis zufolge sind nicht alle Vampire gleich. Sie stellen vielmehr eine große Familie dar. Zu dieser gehören hirnlose Katakane, Flatterer und Ekymas, welche eher zu groß geratene Fledermäusen gleichen als Menschen. Und auch Alpe und Bruxe, die aussehen wie hübsche Mädchen. Außerdem gibt es noch die ungleichmächtigeren, höheren Vampire, zu denen auch meine Zufallsbekanntschaft gehörte. Nicht einmal ein Hexer kann einen höheren Vampir von einem Menschen unterscheiden. Entgegen der landläufigen Meinung ist es nicht möglich, sie zu töten, indem man ihnen Espenflöcke durch die Brust treibt oder den Kopf abschneidet. Auch Feuer kann ihnen nichts anhaben, wovon ich mich persönlich überzeugen konnte. Sie fürchten weder fließendes Wasser noch Knoblauch noch irgendwelche Symbole. Man mag einigen Trost in den Informationen finden, dass der Biss eines Vampirs Menschen nicht zu ihres gleichen werden lässt. Auch zum Überleben bedürfen sie unseres Blutes nicht. Er stellt für sie vielmehr eine Delikatesse dar, die sie von Zeit zu Zeit genießen, wie wir einen guten Wein. Regis bat mich, diese Geschichte für mich zu behalten, doch nun auf dem Totenbett spüre ich, dass ich mein Wissen weitergeben muss, auch wenn das bedeutet, mein Wort zu brechen, dass ich diesen höchst edlen Geschöpf gegeben habe. Der Regis ist ja um seinen Tag höhere Vampire. Menschen, zumindest die höflichen, nennen mich ein Monster, ein blutdurstiger Missgeburt. Emil Regis, höherer Vampir. Nur der Durst nach Blut verbindet höhere Vampire mit ihren entfernten und sehr viel primitiveren Verwandten, den Ikimen, Alps, Katakanen und ähnlichen Wesen. Höhere Vampire sind Menschen tatsächlich sehr viel ähnlicher als diese Fledermausartigen Blutsauger. Sie gleichen uns nicht nur in ihrem Aussehen, sondern teilen auch unsere Intelligenz und Vorlieben. Dies bedeutet, dass sie nicht in weit entfernten Wäldern kauern oder sich in den Schatten verstecken. Im Gegenteil, sie mögen Städte besonders gern, wo sie ein täuschend normales Leben führen. Selbst Hexer sind nicht in der Lage, sie sofort zu erkennen, da ihr Mitteljong bei der Anwesenheit höherer Vampire vollkommen ruhig bleibt. Trotz aller Ähnlichkeiten dürfen wir einen grundlegenden Unterschied nicht vergessen. Anders als Menschen sind höhere Vampire unsterblich. Diejenigen, die ihnen im Kampf gegenüberstanden und überlebt haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Hexer können von Glück sagen, dass höhere Vampire extrem selten sind und nicht allen stellen eine Gefahr für die Menschen dar. Obwohl sie Blut mögen, müssen sie es nicht trinken, um zu überleben. Einige höhere Vampire trinken überhaupt kein Menschenblut und tun niemandem etwas zu leide, andere geben ihrem Verlangen jedoch nach. Ein Hexer, der mutig gegen einen höheren Vampir kämpft, darf nicht vergessen, dass er einem Monster gegenübersteht, das über unglaubliche Kräfte verfügt und Menschen und Tiere beeinflussen, sich unsichtbar machen und in eine riesige Fledermaus verwandeln kann. Außerdem ist es nahezu unsterblich. Mit anderen Worten, selbst ein erfahrener Monsterjäger, sollte es sich zweimal überlegen, einen Auftrag anzunehmen, bei dem eine solche Kreatur das Ziel ist, selbst wenn ihm dafür ein halbes Königreich und die Hand einer Prinzessin versprochen wird. Also klingt nach einem der schwersten Gegner überhaupt, falls es mal dazu kommen sollte. Interesting, okay. So, haben wir noch was wir gucken da gleich mal unten rein. Nachdem wir hier alles gelootet haben. Ein Opfer. Altar so wie es aussieht. Und Skelette. Warte mal, das Kinderskelette? Erstmal Ohren nehmen. Ich weiß nicht. Könnten Kinder sein, ne? Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Na gut. Was hängt hier? Kann man nicht so richtig sehen, was das sein soll, was hier hängt. irgendwas fleischiges auf jeden Fall. Okay. Achso. Gut, sprich mit dem Dorf jetzt von wieder über das Problem im Dorf. Das machen wir so gleich, aber erst für euch in der nächsten Folge. Genau. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Lubitscha. Tschüss.